An den 86. Oscar-Verleihungen nahmen wieder die größten Stars aus Hollywood teil. Aber ein Schauspieler war nicht dabei. Cory Monteith. Der Schauspieler war am bekanntesten für seine Rolle in Glee, aber leider wurde er von der Gedenkfeier der Oscars dieses Jahr ausgeschlossen, die normalerweise alle Verstorbenen der Filmindustrie die Ehre erweisen soll. Cory, wie ihr euch bestimmt erinnert, verstarb im Juli 2013 an einer Drogenüberdosis. Die Hommage enthielt 47 Namen mit unter anderem James Gandolfini, der als erster gezeigt wurde. Weitere Persönlichkeiten waren Paul Walker, Philip Seymour Hoffman und Harold Ramis.